...Rückenwindverhältnisse, Mann gegen Mann. 25 Duelle, das erste mit Piotr Zschiwa in Polen. Der hier auf der kleinen Schanze nebenan Weltmeister geworden ist vor zwei Jahren. Sie haben großartige Skisprungzeiten im Moment. In diesem Winter haben die Polen allesamt gewaltige Probleme. Die Erfolge von eins spielen keine Rolle mehr. Also das erste Duell eröffnet mit 113 Metern von Piotr Zschiwa. Und jetzt springt ein junger Springer, nur halb so alt wie der 36-jährige polnische Routinier, Tate Franz. Um im direkten Duell weiterzukommen, da sehen Sie jetzt gleich die grüne Linie. Für Sie zur Orientierung, auch für die Springer zur Orientierung. Kommt der Amerikaner über diese Linie, hat er die Chance, dieses erste Duell zu gewinnen. Jotr Zschiwa hat die Tür offen gelassen. Er konnte nicht durchgehen bei seiner ersten Tournee. Das ist schon eine besondere Situation. Und erste Tournees, Sven, war auch für dich. Anspannend. Totale Aufregung. Ich meine, das ist ja dann der Jugendtraum oder der Traum, wo jeder eigentlich auch anfängt, die Tournee mal springen zu dürfen. Der wird dann wahr. Dann hast du schon ein bisschen schlottrige Beine. Da geht es dann auch nicht darum, irgendwie, klar willst du gut springen, aber du kommst gar nicht ran, weil du so aufgeregt bist. Erstmals auch so viele Zuschauer siehst. Klarer Sieg für Piotr Zschiwa. Er ist damit im zweiten Durchgang. Dort werden 30 Springer starten dürfen. Piotr Zschiwa als Sieger. Und Tate Franz muss jetzt hoffen, über die Lucky Loser weiterzukommen. Denn die fünf besten Verlierer der 25 Duelle kommen auch in den zweiten Durchgang. Aber, das kann ich jetzt schon sagen, dazu wird es nicht reichen für Tate Franz. Dafür waren die 108,5 Meter einfach zu kurz. Der nächste Pole. Einer von sechs Springer, die hier sind, der schon mal die vier Schanzen-Tournee gewonnen hat. Auch nicht in Form. David Kowatzki. Legt vor. Kein guter Absprung. Viel Rückenwind aber auch. Das muss jetzt noch ein bisschen zum Schutz für ihn dazugeben. Aber das hat nichts mit Flugsystem, nichts mit effektivem Sprung zu tun. Ich habe wirklich nur Fragezeichen. Weil es ja bei anderen Nationen wie Slowenien oder auch Norwegen wirklich funktioniert mit der Umstellung des Materials. Und Sie da tierischste Probleme haben. Kapiere ich nicht. Er wird die Tournee nicht gewinnen können. Nicht mit 112 Metern. Man muss überhaupt bangen, dass er weiterkommt gegen Kilian Peier. Einen wirklich guten Schweizer Springer. Einer von denen die Kreuzbandrisse, Knieverletzungen erlitten haben. Hatte einige Komplikationen in den letzten Jahren. Aber er findet langsam wieder zurück zu einer besseren Form. Hat jetzt eine Riesenchance. Und Kubatsky rauszuwerfen. Er ist auch nicht viel besser. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Ich habe eine gewisse Stärke des Rückenwinds. Das ist natürlich schon extrem für Springer, die jetzt nicht ganz so in der Form sind. Wo sie es vielleicht ein bisschen mehr kompensieren können. Da ist das wirklich nur ein Fallen. Und dann mag man denken, hier sieht man fast gar kein Ski. Also das ist schon extrem. Ich glaube nicht, dass das reicht. Ja. Da kommt Kubatsky, der angeschlagen, angereist ist. Wohl mit einem blauen Auge davon gegen Kilian Peier. Knapp genug geht zu zwischen den beiden. Aber Kubatsky hat die höhere Punktzahl. 115,8. Die setzt sich zusammen aus dem Punktwert für die weiten Meter. Dazu gibt es fünf Punktrichter, die Noten geben. Topnote ist 20,0. Wichtig ist die Landung. Im Telemark landen, also in Schrittstellung. Das ist das Ziel. Da gibt es die höchsten Noten. Und dann spielt natürlich der Wind eine große Rolle. Windpunkte gibt es auch. Auch schon seit weit über zehn Jahren spielt das eine Rolle. Wir sehen einen der ersten Top-Leute gleich in diesem Duell. Es liegt aber vor, erst mal der Mann, der gestern in der Qualifikation 28. war. Deswegen hat er die Startnummer. Arti Aigro. Die deutschen Springer alle erst später dran, weil sie in der Qualifikation so gut gesprungen sind. Eben allerdings, Sven, ganz kurze Einschätzung. Im Probedurchgang waren sie alle bis auf Wellinger ziemlich weit weg. Klar, da wird noch getestet. Aber spürt der ein oder andere vielleicht doch schon? Ja, es waren die geänderten oder die anderen Bedingungen von gestern zu heute. Heute viel mehr Rückenwind. Teilweise waren richtige Böen drin. Und das ist natürlich dann trotzdem schwer steuerbar für die Jury. Wellinger war fünfter, aber Karl Geiger 24., Paschke 25. Und Ancelaniszek einer der Mitfavoriten vor dieser Tournee auf eine Top-Platzierung. Hohe Anfallgeschwindigkeit, auch die ist wichtig. Der weiteste Sprung bisher. Natürlich die Führung und natürlich der Sieg im Duell. Aber das ist nicht die ganz große Weite, 123,5 Meter. Und das ist wichtig für die besten Springer der Welt, hier eben nicht dieses Duell zu gewinnen, sondern weit vorne zu sein, um die Tourneegesamtwertung zumindest immer im Blick zu haben. Denn ab jetzt zählt es. Jeder Sprung, jeder Fehler, jeder gelungene Versuch. Erstmal ist das der beste Sprung, den wir gesehen haben. Die besten Springer aber sehen wir erst in einer ganzen Weile am Ende des ersten Durchgangs. Als Letzte startet Andreas Weddinger, der Sieger der Qualifikation. Und weiter geht's vor allem mit Daniel Czofenik. Simon Ammann wird hier gefeiert für die 25. Turnierternahme. Aber Czofenik hat nur jetzt noch die Chance, die Wände hinzukriegen. Top-Mann bis jetzt im Weltcup hat noch nicht den Rhythmus gefunden auf dieser Schanze. Und dabei bleibt's. Obwohl er sich schon vom aggressiven Springen oder Anspringen ein bisschen rausgenommen hat, lässt ein bisschen mehr Feingefühl walten. Aber nichtsdestotrotz scheint es dann doch immer noch so, dass er mehr Probleme hat, als dass er sich vorwärtsarbeiten kann. Hier sieht es eigentlich sauber aus. Ski arbeitet ein bisschen. Es sind eigentlich eher Kleinigkeiten, keine großen Fehler, die ich sehe. Die Landsleute, Heiberg rechts, Kraft links, Hörg Kraft, Fertner. Das war die Reihenfolge eben im Puppe-Durchgang. Und jetzt Simon Ammann, der immer noch springt. Zehn Jahre älter als Stefan Leier. Der Mann, der jetzt auf dem Balken sitzt. 42, Simon Ammann. 25. Tournee. Er will, er kann es einfach nicht lassen, Schied zu sprechen. Rückenbinder zugenommen. Oh, dann kommt er doch fast vorbei. Das war knapp jetzt mit der gelben-grünen Linie. Klasse Leistung von Simon Ammann, überhaupt keine Frage. Also wenn er Tchofenik rauswirft und danach sieht es aus, selbst wenn er nicht die besten Noten bekommt, dann ist das mehr als ein Achtungserfolg. Da hat er einen Top-Mann geschlagen mit 42. Wie geht das in dem Alter? Fragst du mich keine Ahnung? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber es scheint dann doch Wege zu geben. Ja, ist toll. Und jetzt kommt gleich die Bestätigung. Hat letztes Jahr ein bisschen rausgenommen. Und es ist tatsächlich wahr. Simon macht den Anschein, dass er das gar nicht glauben kann. Ungläubiges Staunen. Daniel Tchofenik übernimmt damit die Führung bei den Lucky Losern. Aber wahrscheinlich war es das schon für ihn, was die Tourneewertung angeht. Der Rückstand auf den nachher besten wird gewaltig sein. Domen Pils. Ancelaniszek, sein Landsmann, führt. Nicht ganz symmetrisch ausgekommen, sofort verdreht, Sven. Und dann geht eigentlich dieser Sprung auf der Schanze, auf der man was können muss, nicht mehr. Ja, der Sprung an sich von Domen Pils funktioniert noch ein bisschen auf Schanzen, wo der Tang eher ein bisschen steiler ist als vielleicht hier. Da kommt er besser zum Fliegen, weil er ändert sich ja nicht so viel. Ein bisschen mehr Hüftknick hat er, das ist schon mal aerodynamisch besser. Aber er vergisst einfach das bisschen mehr Abspringen, als er immer noch in die Richtung zu viel schießt. Rechts sehen wir die Noten. Jetzt gibt es fünfmal die 17. Da ist es kein Problem. Dann nimmt man die drei mittleren Noten. Das ist eben dreimal die 17. 51 Punkte für die Ästhetik des Sprungs. Aber es werden immer von den fünf Noten die beste und die schlechteste gestrichen. Die mittleren drei Noten, die werden gewertet. Und Adios. Chance also für Remo Immhoff. Ordentlich Höhe mitgenommen oben. Sehr schwer jetzt. Weil? Viel Rückenwind nach wie vor. Gestern war es ein bisschen besser, ein bisschen ruhiger. Nur partiell hin und wieder mal ein bisschen mehr Rückenwind. Fühlt sich dann ganz anders an? Ja, das ist, ich meine, es hat sich ja schon auch viel geändert. Und klar, mit dem Rückenwind jetzt hast du einfach nicht das Polster drauf, wo du dich eh schon nicht mehr so wirklich drauflegen kannst auf die Ski. Ist noch mal mehr sensibler heute oder Sensibilität gefragt, als schon vielleicht seit Anfang der Saison mit dem neuen Reklamour. Reicht nicht, obwohl er weiterspringt. Eben aufgrund der Windpunkte. Schlechtere Verhältnisse wird um in Prius. Entsprechend kriegt er mehr Pluspunkte. Skispringen ist durch die Regelung, dass der Wind dazu genommen wird, ganz sicher fairer geworden. Sondal gegen Kudelka. Skispringen bleibt eine gefährliche Sportart. Ein Landsmann von Sondal, Sondre Wingen, ist schwer gestürzt in Engelberg. Bewusstlos gewesen. Mit ihm ist er lange unterwegs gewesen im Kontinentalkap. So heißt der Wettbewerb, wo sich Springer aus der zweiten Reihe versuchen zu qualifizieren, etwa für die Vierschanzentournee. Auch die Norweger werden von einem Österreicher trainiert. Rechts Alexander Stöckel. Aber Sondre Ringen ist inzwischen raus aus dem Kackenhaus. Ihm geht es besser. Zurückgeflogen nach Norwegen. Aber geht schnell. Bei den Geschwindigkeiten zu stürzen, haben sie alle auch die Besten schon erlebt. Glück braucht man eben auch. Karl Geiger. Ich glaube, er ist selbstbewusst genug, dass er den Probesprung schnell abwagt. Gut. Roman Kudelka hat er selbst gesehen, dass er die grüne Linie überquert hat. Und da geht für ihn eine große Tür wieder auf. Nach nur 113 Meter von Sundar. Kudelka ist zurück. Auch einer dieser, der mit Verletzungen, sagt es eben, ist gefährlich Skispringen zu kämpfen hatte. Ganz häufige Verletzungen. Kreuzbandrisse. Nachstürzen. Auch er war eines dieser Opfer. Und kämpft sich jetzt in die Weltcup-Punkte. Roman Kudelka, der Tscheche, der auch schon fünf Weltcup-Siege geholt hat. Ist aber schon einige Jahre her. Darum geht es. Neben rund 1000 Schweizer Franken um den Turnieradler. Daniel Anretander habe ich eben noch oben gesehen, wie er sich auf dem Fahrrad eingefahren hat. Macht man, um ein bisschen zu aktivieren. Dass du einfach den Körper ein bisschen warm kriegst, ohne viel Belastung. Natürlich auch in dem Raum, wo die Fahrräder stehen, nicht so viele Leute als drumherum, wo dann doch hin und wieder mal ein Gespräch stattfindet. Solide, nicht viel mehr. Geht knapp ran an diese rote Linie. Das ist der K-Punkt der Schanze. Für den gibt es 60 weiten Punkte. Die rote Linie, die er jetzt fast punktgenau trifft, ist ein halb Meter kürzer, werden 0,9 Punkte abgezogen. Der Meterwert ist 1,8. 1,8 Punkte pro weiten Meter. Entsprechend bekommt er für diesen Sprung 59,1 Punkte nur für die Weite. Das ist für die, die nicht so oft dabei sind, die nicht wissen, dass das schon das neunte Weltkapsspringen der Saison ist. Gegner von Tande ist Alex Sinza. Guter Tag gestern. Springt mit wahnsinnig viel Dynamik, Geschwindigkeit und kann inzwischen einen Tande, großer Name, im Skispringen herausfordern. Springt sogar noch weiter als Daniel-André Tande. Bei ähnlichen Kinkverhältnissen. Landungsman. Kommt natürlich gut hin. Und umso entscheidender natürlich dann auch, dass du den Telemark sauber setzt, weil es eben auch 3, 4, 5 Punkte sind, im Maximum 6. Und damit ist er um 0,8 Pünktchen vor Daniel-André Tande, der aber gute Chancen auf den zweiten Durchgang hat. Er führt jetzt bei den Lucky Losern. Der Schwanden gegenseit. Zwei, die sich durchaus Hoffnung gemacht haben, zumindest in die Top Ten der Gesamtwertung zu springen. Der Schweizer in der Form seines Lebens. Das 13. Weltcup-Saison auf einmal in Klingenthal auf dem Podium. Roter Anzug wieder. Flügel ausgefahren. Die Schwanden fliegt gut. Besser als gestern. Trotzdem, dass schon auch weiter die Bedingungen etwas schwieriger sind. Findet er für sich selber den Weg, es irgendwie zu ignorieren und springt dann doch am weitesten. Ja, aber spät trotzdem, nicht schlecht. Steigerung auf 124 Meter. Das ist die größte Weite bisher. Und das bei den bislang fast schwierigsten Windverhältnissen mit. Er geht schon wieder ran an 17, 18 Pluspunkte. Also, da muss Timmy Seitz, der eben ausgelassen hat, da steht ja jedem frei, den Probodurchgang nicht zu springen. Da muss er erst mal hinkommen. Das hat man auch schon gesehen. Lange grün. Also der Trainer wartet doch noch, reizt aus, das grüne Fenster bis zum Schluss. Ja, das ist bei guten Bedingungen, leichten Aufwindbedingungen kann es Timmy Seitz annehmen. Bei Bedingungen wie heute, mehr Rückenwind. Und wie gesagt, Trainer hat natürlich bis zum Schluss gewartet. Zeigt uns natürlich, dass die Bedingungen dann doch eher schlechter waren. Es ist einfach auch für ihn schwierig, sich da durchzusetzen. Timmy Seitz wird es über die Lucky Loser schaffen, da lege ich mich fest. Dafür war der Sprung zu gut. Und die Schere zwischen dem Vermögen, der Springer geht ja immer weiter auseinander. Wir haben Rudi Tusch oben mit der schwarzen Mütze. Paul Ganzenhuber drunter. Paul Ganzenhuber, Schanzenchef unter anderem in Innsbruck vom österreichischen G-Verband. Und ja, da ist eine Freundschaft entstanden über die vielen Jahre. Rudi Tusch hat ja auch das TV-Signal, lange Jahre mitbetreut. Die Bilder, die wir jetzt sehen, die großartig sind in Oberstdorf einmal mehr. Wladimir Zorgrafski gegen Clemens Aigner. Da ist aber die Sommerform komplett verloren gegangen beim einzigen Bulgaren. Es gibt auch Wettbewerbe im Sommer, die werden aber längst nicht von allen Skispringern schon gar nicht von den Weltbesten genutzt. Immer mal punktuell. Der Bulgare war immer dabei, hat dann die Gesamtwertung gewonnen. Deswegen ist er natürlich nicht der beste Skispringer der Welt. Aber einer, der im Sommer super zurechtkam. Jetzt hat er zur falschen Zeit eine Krise. Da ist er noch sehr einsam da oben. Pias Praschke unterwegs. Einmal auch abtauchen, bevor gleich eingetaucht wird hier. In diese so stimmungsvolle Arena, die noch gar nicht richtig laut geworden ist. Aber das wird es in ein paar Minuten, wenn der erste Deutsche kommt mit Stefan Aigner. Souverän, Clemens Aigner. Nicht so einfach für ihn, wie er den Mund hier aufreißt. Spektakulär, jeder auf seine Art. Aber mal ist er im Team, dann ist er wieder draußen. Der Konkurrenzkampf bei den Österreichern ist riesengroß. Aigner muss es auch immer über den Kontinentalkampf schaffen. Zu gut sind die Kollegen. Ja, und Zogowski kann sich jetzt schon verabschieden. Wird es auch nicht schaffen über die Lucky Loser. So sieht es aus in der Gesamtwertung. Die, die wir vorne erwartet haben, stehen da auch mit Gregor de Schwanden, der sich gefangen hat. Nach schwierigen Tag gestern, aber jetzt, Sven. Jetzt geht es so richtig los. Denn mit Halvor Egner-Granerüth haben wir in diesem Duell den Titelverteidiger. Und einen, der sich, du gehst ja in der Pause auf die Regeländerung ein, unglaublich schwer tut, an diese Erfolge anzuknüpfen. Erstmal Giovanni Bressadola. Schade, schade, weil er so gut war, eben so gut im Probodurchgang. Deswegen brüllt er seinen Frust auch raus. Das war gar nichts für ihn. Nur 106,5 Meter. Vielleicht überpaced, aber natürlich sind unsere Augen beim Norge. Das tut richtig weh, wenn man so einen super Probespann zeigt. Und der führt ja traditionell Selbstgespräche. Gespräche der Selbstkritik. Aber kann Garnerüth hier auf den Punkt im richtigen Moment das Ruder rumreißen? Da bin ich jetzt auch gespannt. Das ist halt schon bitter, weil er natürlich jetzt auch so ein bisschen verzweifelt wirkt und auch unsicher wirkt. Er hat jetzt bisher der erste Trainingssprung. Habe ich gesehen, war ruckzuck eigentlich mit dabei, mit Rang 4, glaube ich. Wenn der springt, einen Meter kürzer. Einen Meter kürzer als Bresadola. Total verunsichert. Er weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Zu wenig, dann wieder zu viel, dann wieder noch weniger. Krass. Das ist bitter. Das ist die erste echte Sensation. Halvor Egner-Granerüth wird mit dieser Weite ausscheiden. Der Titelverteidiger nimmt direkt Abschied. Letztes Jahr der gefeierte Mann. Und jetzt ist die Tournee für ihn gelaufen. Joe Fennig ist noch Dritter bei den Lucky Losern. Aber das muss man erst mal erlauben. Das ist ein Brett. Das hätte, glaube ich, auch niemand erwartet, weil er dann schon denkt, okay, komm, so in die K.O.-Duellen, das kriegst du schon irgendwie hin. Aber klar, auch jetzt kommt noch ein bisschen Würze rein mit dem Meerrückenwind. Und dann ist das einfach nicht möglich, für Granerüth dann noch zu funktionieren. Und das ist Oberstdorf. Hier kann man eben die Tournee schon verlieren. Und er hat sie hier verloren. Halvor Egner-Granerüth, der Titelverteidiger, Ausrufezeichen, ist draußen. Morgen haben wir auch schon wieder Skispringen für Sie. Sie können sich freuen auf das Springen der Frauen in Garmisch-Partenkirchen. Ab 17.10 Uhr im Anschluss gibt es noch das Feature über Katharina Schmid. Davor Katharina Althaus, hat inzwischen geheiratet, gegen 19.20 Uhr. Lohnt sich, gibt es jetzt schon in der Mediathek, da reinzuschauen. Und hier überschlagen sich die Ereignisse. Gleich die Deutschen, jetzt mit Manuel Fettner, nachdem Granerüth ausgeschieden ist. Unter den Augen des deutschen Qualifikations-Siegers und Mitfavoriten Andreas Wellinger. Manuel Fettner, 38 Jahre alt, eben Drittbester des Probedurchgangs. Die müssen sich auch oben richten. Trotzdem, auch bei den Bedingungen schon ein guter Sprung. Siehst, dass er schon kämpfen musste, gerade mit dem Gewackel da oben nach dem Absprung, mit dem Ski hin und her. Kein Druck drunter. Aber das ist das, Sven, was man eigentlich von einem Granerüth erwarten durfte, dass er sich wenigstens über die rote Linie rettet. Er springt hier 124,5 Meter. Das ist Erfahrung pur, das ist klasse. Manuel Fettner. Es ist aber auch so, dass der Sprungablauf oder wie Manuel Fettner für sich das System gefunden hat, natürlich besser passt. Also ein Granerüth muss sich komplett, von der Birne her, komplett umschreiben. Komplett umschreiben. Er muss einpacken. Alvo Ekner-Granerüth. Keile verstauen. Hakel dahinter. Und vielleicht muss jetzt der nächste, der dreimalige Tunesiker, Kamil Stoch, gleich auch schon sagen. Das war's. Großer Liverpool-Fan. Übrigens auch da, im Hause Kloppt, wird die für Schattenbeweg geschaut. Hab ich auch schon gehört. Wird verfolgt. Beste Grüße. Richtung Liverpool. Freikarten für Kamil Stoch sind sicher drin. Aber das ist kein Freiflug für ihn heute. Das ist sehr springend. Das ist aber für ihn schon ein besserer Sprung gewesen, auch wenn ich das jetzt so sagen muss, weil wir natürlich alle von Kamil was ganz anderes gewohnt sind. Aber auch er leidet natürlich auch extrem drunter, hat ja aber auch, was noch hinzukommt, teamintern haben die ja keinen, der irgendwo vielleicht irgendwie mitspringt, sondern die sind alle eher schlecht. Und dann kannst du dir natürlich als Springer kein Beispiel suchen, wo du irgendwo hin musst. Die sind alle irgendwo, drehen die sich im Kreis. Was einfach jetzt auch für Kamil noch dazukommt. Das ist echt bitter. Und das war schon einer der Besseren, obwohl das natürlich kein Niveau ist für ihn. Er könnte es damit über die Lucky Loser schaffen, wenn er dieses Duell verliert. Er hat sich bei Rückenwind gewettet, aber gebessert. Aber wer weiß, wenn sich die Verhältnisse bessern, dann ist es für die, die noch kommen, auch leichter weit zu springen. Also alles offen. Erstmal das direkte Duell mit Laudo Koss. Er ist besser drauf. Und macht eigentlich das, was wir erwartet haben. Er schlägt Kamil Stoch im Duell Mann gegen Mann. Und das deutlich. Aber das gibt das momentane Leistungsvermögen wieder. Wir haben das gestern schon gesagt. Es wird in diesem Jahr sicher keinen weiteren polnischen Tourneesieger geben. Stoch, also jetzt Dritter bei den Lucky Losern. Aber eben auch schon mit großem Rückstand. Zu den Besten. Das ist schon mal eine Statistik, die ihr könnt euch anschauen. Das ist seine Saison bislang. Aber er nimmt die Favoritenrolle an. Benjamin Östwold gegen Ren Nikaido. Schöne Geschichte. Der Vater Espin war auch Skispringer. Bestweite Lillehammer 134. Also mit 12. 143 gesprungen. Jetzt hat er zu Hause ein Plakat aufgehängt, damit der Vater es jeden Tag sieht. So ist Benjamin Östwold gestrickt. Erste Tournee für ihn. Papa ist natürlich auch da. Mit dem Wohnmobil sind sie im ganzen Sommer unterwegs. Bruder springt auch. Der zweite Bruder macht nordische Kombination. Auch ein bisschen besser in der Position ist. Nutzt auch Blei hinten auf dem Ski. Also dass das Feedback vom Ski schneller kommt. Hinten sieht man den schwarzen Kleber hinten am Ende vom Ski jeweils. Meistens die Gewichte vom Auswuchten von Autofelgen, wie man es so kennt. Die verschieben den Schwerpunkt ein bisschen so, dass der Ski ein bisschen steiler kommt. Und einfach nach dem Absprung direkteres Gefühl für den Ski zu haben. Renny Kaido. Ja, er ist besser. Und damit ist das voll draus. Auch über die Lucky Loser wird es nicht gehen. Aber starker Sprung von Renny Kaido. Im roten Anzug. Größte Weite. 126,5 Meter für den jungen Japaner. Und ihr Bester kommt ja noch. Medri Uryu. Kobayashi. Bruder Junjiro springt gegen Pius Paschke. Also die Japaner, da hat der Eindruck nicht getäuscht. In den letzten Tagen sind der Weltspitze näher gekommen. Und zwar nicht nur ihr Vorzeigeflieger. Eiyoyo Kobayashi. Und jetzt werden wir zum ersten Mal mitkriegen, was hier los sein kann. Znischul legt vor. Der Pole. Nicht immer der professionellste. Steht sich manchmal selbst im Weg. Auch sein Trainer aus Österreich, Thomas Thunbüchler. Und danach dann der erste Deutsche im direkten Duell. Und das ist gleich Stefan Leier. Er ist der erste Mal mit Kitzung. Und das ist ein weiteres Mal mit Kitzung. Und das ist ein weiteres Mal mit der Kitzung. Der David Schäden. Die Bundesisten ist ein weiteres Mal mit Kitzung. So mittel, aber er ist eine Bank im deutschen Team, einer der zuverlässig Top-Leistungen liefert, wenn sie gebraucht werden und jetzt hören wir uns an, wie er hier getragen wird, womöglich von dieser riesen Kulisse. Ja, sehr gut. Ganz wichtig. Viel besser als Werden, viel besser. Auch, glaube ich, einer seiner besten Sprünge, auch da natürlich mit dem mehr Rückenwind heute, der gestern eben nicht war, war das wirklich dann auch ein akzeptabler Sprung, auch bei ihm im Trainingsdurchgang. Du siehst, echt wenig Fehler, ist alles gleich ausgestellt, die Arme sind schön an der Seite, leichter Hüftknick und er springt trotzdem eben nicht so weit wie andere. Unheimlich schwer, bei ihm so ein leichtes Fehlerbild dann auch zu sehen, woran es dann am Ende liegt, warum er nicht weiterspringt. Das ist die medizinische Abteilung. Unten Stefan Laie hat diese Mann-gegen-Mann-Challenge klar für sich entschieden, reiht sich damit erstmal ein auf Platz 6. Er muss irgendwann mit Oberstdorf seinen Frieden machen, er kann im zweiten Durchgang wieder angreifen. Peter Preutz erstaunlich gut gestern, auch einer, der hier schon gewonnen hat. Dritter der Quali. Also, Timmy Seitz bleibt knapp vor Stefan Laie. Vernünftiger Auftrag der deutschen Mannschaft. Wir erwarten von anderen, von Karl Geiger, von Andreas Weddinger, auch von Philipp Reimund und Piers Paschke noch mehr. Takeuchi gegen Janne. Nicht in Form gekommen und dabei bleibt es. Die Form kommt dann auch nicht durch Handauflegen zur Tournee. Ja, du siehst da nur ein Fallen. Du kannst aber auch nicht mehr machen, weil wenn du sagst, okay, komm, ich möchte ein bisschen mehr Gas geben, das ist auch kontraproduktiv. Also, gilt es da wirklich mehr dran zu bleiben, mehr Kraft aus den Beinen nutzen zu können, aber nicht blind, sondern mit Gefühl. Das Duell kann er nicht gewinnen gegen Jan Hörl, eben Bester im Probedurchgang. Und ein Probedurchgang wird von dem einen oder anderen genutzt, um ein bisschen zu testen wie von den Deutschen oder von Jan Hörl, um Formen aufzubauen. Philipp Reimund, Karl Geiger, sie alle werden auch ihn im Blick haben, der jetzt auf dem Balken sitzt. Er hat es drauf, er kann auch springen und gewinnen, Jan Hörl, auch hier bei der Tournee. Auch Rückenwind. Damit wird er nicht zufrieden sein. Wird viele Pluspunkte kriegen, hatte keine guten Verhältnisse, aber er kann mehr, Jan Hörl. Man hat die Eingriffe gesehen in sein Flugsystem. Es gibt eine Menge, es gibt gewaltige Pluspunkte. Aber er hat Reserven. Es ist so schwer, auf den Punkt, Sven, deswegen schaffen es ja so wenige, alle springen zu gewinnen. Diese Leistung zu schaffen. Und da siehst du natürlich auch mit Plus 20,1 Punkt obendrauf, wie die Bedingungen aktuell sind. Was er draus macht, ist natürlich dann aller Ehrenwert, weil andere natürlich auch erstmal da runterkommen müssen bei den Bedingungen. Immerhin Zweiter und jetzt können wir den ersten Deutschen, nämlich Stefan Laie, schon hören bei Lehrwagen. So, wir setzen nochmal neu an. Da lief gerade noch eine kurze Pause, lieber Stefan. Einmal nochmal kurz wiederholen. Wir hatten über die Bedingungen gesprochen. Es ist nicht leicht, heute zu springen. Wie war es mit dem Rückenwind in der Luft? Ja, wir haben ja durchweg konstanten Rückenwind. Deswegen, das macht natürlich nicht so viel Spaß wie bei Aufwind. Aber es ist ein bisschen ein anderes Springen. Also man geht nicht ganz so viel auf Geschwindigkeit, sondern versucht ein bisschen mehr Energie an der Kante reinzubringen. Ist mir jetzt besser gelungen als im Probe, aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Es ist nicht Ihre Lieblingschanze. Es lief gestern schon ganz gut, heute solide. Wie gehen Sie in den zweiten Durchgang? Ja, ganz befreit. Also es ist alles offen und ich versuche einfach an dem, woran ich gerade arbeite, an meiner Position, dass ich da stabil bin, dass ich das umsetze jetzt im letzten Sprung in Oberstdorf und dann für Garmisch mitnehme. Sehr gut, viel Spaß dabei. Danke, Stefan. Und bis jetzt sind die Abstände ganz, ganz eng. Auch von den führenden Fettner und Hörl, auch des Schwanden zu Stefan Leier. Da ist noch nicht viel passiert. Jetzt ist die Frage, was macht die Crème de la Crème, was machen die Westen? Bessere Bedingungen jetzt. Also außerhalb vom Sektor, aber im positiven Sinne. Es ist jetzt sogar leichter Aufwind. Und das ist natürlich das, was enorme Unterschiede bringt, und inwieweit Anti-Alto da jetzt runter darf, war ich zu bezweifeln. Zwei Sektoren rot, unten im Radius und Mitte im Hang. Erwintert komplett gedreht? Ja, komplett Aufwind. Das ist natürlich genau das, was Stefan Leier jetzt sagt. Wenn er die Bedingungen hat, dann fühlt es sich natürlich komplett nach einem schönen Flügchen an. Wie viel weiter springt Stefan Leier, wenn er die Bedingungen von jetzt gerade hat? Im letzten Jahr mit dem alten, also die Deutschen hatte nicht unbedingt das Material, aber mit dem Stoff, der letztes Jahr möglich wäre, locker 20 Meter. In diesem Jahr würde ich mich eher festlegen, weniger, vielleicht 10. Aber das sind natürlich Welten im Skispringen. Und da weiß man, was Verhältnisse, was Aufwind im Vergleich zu Rückenwind ausmacht, was Aufwind an Unterstützung bringt und wie sich Rückenwind anfühlt. Anfüllt, Rückenwind drückt zu Boden, kein Luftpolster, keine Unterstützung. Ja, hören wir mal einen der großen Favoriten. Stefan Kraft, der Dominator dieser Saison bislang zu seiner Favoritenposition und auch zu seinem zwickenden Rücken. Na, nehme ich sehr gern, weil das heißt, dass bis jetzt sehr viel richtig oder alles richtig laufen ist. Und immer irgendwas aufholen zu probieren, ein paar Meter zu suchen in der Weihnachtspause ist nicht so schön. Wir haben einfach die Zeit einmal genießen, für den Rücken alles Bestmögliche machen, im Körper einmal die Ruhe geben, die er vielleicht braucht vor so einem wichtigen Highlight, vor so einer langen, anstrengenden Zeit. Und die Ruhe habe er ihm gegeben können. Und ich hoffe, dass er das auf der Schanzen dann in Aktivität ummünzen kann. Aktivität, das klingt gut. Er hat zwei Wochen vorm Auftakt muskuläre Probleme bekommen, also vorm Weltcup-Auftakt. Man sollte jetzt meinen, okay, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein, wenn er alle Springen dann gewinnt. Der Rückenstrecker war entzündet, er hat Schmerztabletten nehmen müssen, während der Springen klingt dann an Engelberg. Vor Weihnachten aber sicherheitshalber nochmal alles durchchecken lassen. Es ist aber wieder schlimmer geworden, deswegen ist er nicht gesprungen über Weihnachten. Man muss schauen, er hat schon alles erlebt, auch ausverkaufte Stadien. Er ist hier nicht nur zum ersten Mal Weltcup-Sieger geworden in Oberstdorf. Er hat hier auch den WM-Titel geholt. Knackpunkt ist für ihn, meistens Garmisch-Partenkirchen, da ist er so oft nicht klargekommen. Und jetzt ist es für die Jury und auch für die Rennleitung, wir haben den Renndirektor Sandro Pertille im Bild, extrem schwer. Er steht in Verbindung mit dem Kampfrichterturm, mit Georg Späth, der hier vom SC Oberstdorf kommt und weiß, wie sich die Verhältnisse entwickeln. Mit Borek Zetlak, dem Tschechen, der Miran Teppes abgelöst hat, als derjenige, der die Ampel steuert. Das Wichtigste für den Springer ist, den Fokus zu bewahren. Das ist alles drumherum, was passiert, ist natürlich klar, dass der ein oder anderes mehr aufnimmt. Aber am Ende, egal welche Bedingungen du hast, du musst deinen Sprung laufen lassen, ganz einfach. So, was ist zu tun? Die Jury wird überlegen. Einerseits warten und schauen, wie sich der Wind verändert. Andererseits könnte man aus dieser Luke, aus der aktuell der Wettkampf gesprungen ist, nicht weiterspringen. Das ist Luke 18, da müsste man einiges runtergehen. Das sieht man dann in dem gerade Ergebnis, die blauen Balken sind die aktuellen Lucky Loser. Wenn man sich dann fragt, warum die blauen unterlegt sind. Jetzt sehen wir dann eben doch noch Kamil Stoch. Das sind die fünf besten Verlierer und die Chance für Stoch ist gut. Zumindest dann jetzt, wenn bei gleichen Verhältnissen weitergesprungen worden wäre. Das ist nicht so ohne. Also ich glaube, ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir jetzt die Aufwindbedürger, wir haben jetzt teilweise zwei Meter im Hang von unten. Also das sind ganz andere Bedingungen, die wir so auch gestern an den zwei Trainingssprungen und an der Qualifikation nicht hatten. Also wäre das fast schon Poker, der Jury. Jetzt zu sagen, komm, jetzt sind wir aktuell 18, lass uns runtergehen auf 14. Waren wir zwar noch nie, aber gucken wir halt mal. Das ist dann schon, das kann den Wettkampf zu springen, wenn sie von 14 dann wirklich viel weiter springen, als sie denken. Früher, Sven, zu deiner Zeit hätte man, wenn der Wind sich so lange so ändert, den Wettkampf abgebrochen und neu gestartet. Dann wären wieder alle 50 hoch. Ja, das ist nicht mehr möglich heute. Deswegen wurde ja diese sogenannte Gate- und Windregel eingeführt, dass die Jury eine Möglichkeit hat, wenn es nicht gefährlich ist, also die Windgeschwindigkeiten sind ja nicht gefährlich, dass man dann trotz des Windnetzes rechts, dass man reagieren kann und sagt, okay, wir verkürzen den Anlauf, dann geht der Wettkampf weiter. Dadurch geht die Anfallgeschwindigkeit nach unten, aber es ist leichter zu springen. Das Kreuzer durch den Aufwind ist unterm Ski höher und deswegen reicht eine wenigere Anlaufgeschwindigkeit, um die gleiche weiter oder vielleicht sogar noch weiter zu springen. Und die, die aus kürzerem Anlauf springen müssen, bekommen Bonuspunkte dazu, weil sie ja nicht so schnell sind. Soweit die Theorie. Jetzt aber in der Praxis. Ja, wie viele Luken gehe ich denn runter? Zwei, drei, vier? Ja, wobei, wenn sie runtergehen, kriegen sie punktet oben drauf, genau. Und durch den Aufwind wieder drauf, abgezogen. Und das sind so Sachen, also normal hat die Jury ja wirklich eine Latte an Daten von auch vergangenen Jahren, aber auch wieder da, zurückführend auf die Regeländerung. Es ist alles ein bisschen Neuland. Wir hatten das jetzt so noch nicht, speziell hier. Jetzt, das ist die Absprache. Borek Setzlerk links. Also es war aufhängt, jetzt geht es wieder runter. Wir sollten eigentlich weitermachen können. Jetzt wird ein Vorspringer gebraucht. Das erklärt Borek Setzlerk. Sandro Pertile rechts kann sich auf Setzlerk verlassen. Los geht's für die nächste Fahrung. Anti-Alto gegen Marius Lindwig. Gleiche Anlaufluke. In Lücken 19 geblieben. Er tut sich leichter, wie Sven es erklärt hat, mit 119,5 Meter. Er hat zwar nicht Unterstützung, aber längst nicht so viel Rückwind, also nicht so viel Wind, der ihn zu Boden drückt. Entsprechend wäre jetzt der erste Topmann, den wir sehen. Marius Lindwig in der Lage, hier eine neue Bestweite, wenn er sich trifft, wenn er seinen Schwerpunkt erwischt, zu liefern. Und er will mitspringen. In der Gesamtwertung, vielleicht sogar um den Sieg, war schon einige Male ganz nah dran. Im nächsten Duell dann Pius Paschke. Die Überraschung aus deutscher Sicht in dieser Saison. So viel zu dem, Sven, was du eben erklärt hast. Hat aber auch natürlich den Himmelrund bei Lindwig, dass er endlich mal einen Sprung gezeigt hat, wo er oben nicht das extreme Brett von seinen Ski kriegt. Hat es besser aufgelöst. Hier ist nicht ganz so viel Ski wie sonst. Dementsprechend wird er weniger hergebremst. Ihm fällt es natürlich auch leichter, in seine optimale Flugposition zu kommen. Und wenn der Eimer richtig liegt, natürlich hat er auch Fläche und dann geht es ab. Und wenn man diesen Top-Leuten so sensibel ist die Sportart, bessere Verhältnisse beschert, dann fliegen sie eben weit. 132 Meter, das ist die größte Weite und das ist Platz 1 für Marius Lindwig. Insgesamt bisher Duell gegen Alto gewonnen. Und Alto raus mit der Punktzahl, immer bleibt Fünfter bei den Lucky Lusen. Der Blick auf den Bruder von Ryoyo Kobayashi. Der Gegner von Pius Paschke. Ältester Skispringer, was den ersten Sieg angeht. Und das ist Pius Paschke ab jetzt. Mit 33 hat er zugeschlagen. Vorher Yonshiro Kobayashi. Gutes Fenster jetzt gerade. Also jetzt hat er Glück. Yonshiro Kobayashi ist an der Grenze zum zu gut sein von den Bedingungen. Wenn man es nutzt, ist es gut. Ski kam schnell zum Körper. Ja, das hat er natürlich sonst mit den Brückenwindbedingungen anhand von einem seinem Level aktuell natürlich nicht geschafft. Aber auch da sage ich, Glück brauchst du hin und wieder auch in einer gewissen Situation. Du musst es natürlich auch nutzen. Es wird ja nicht hinterhergeworfen. Und das hat er. Immer schon mal gute Sprünge gezeigt. Also Pius Paschke muss sich strecken, um ihn im direkten Duell zu schlagen. Mit seinen 128,5 Meter. Der Gegner von Pius Paschke springt hier die zweitgrößte Weite bisher. Mit 21 noch Vorspringer. Seine Saison begann im August. Der musste sich über den Conti Cup qualifizieren. Hat er geschafft. Und jetzt alle Augen. Auch dem Mann von WSV Kiefersfelden. Ja, zu gut. Jetzt geht es innerhalb des Duells runter. Aber man muss Paschke auch schützen, denn bei diesen Verhältnissen geht es schnell zu weit. Und er will ja den Telemark setzen. Dafür bekommt er jetzt 3,8 Bonuspunkte. Umgerechnet also gut 2 Meter. Er müsste also dann nur bei gleichen Windverhältnissen 126,5 Meter springen, um eine ebenbüttige Leistung zu Junjiro Kobayashi zu springen. Aber damit würde sich Paschke sicher nicht zufrieden geben. Der will hier weit nach vorn. Lindwick ist die Orientierung mit 132 Meter. Die Pius natürlich bei den Bedingungen anhand von seinem Sprungablauf, der einfach drin ist, müsste er es locker drauf haben. Wie ist sein Sprungablauf? Ja, das ist er herzlich gefunden. Das Reglement spielt ihm mit rein. Ist ähnlicher Typ wie Stefan Kraft. Bisschen kleiner gewachsen, kompakteres System. Nicht ganz so anfällig bei kleineren Fehlern als im Gegensatz zu Großgewachsene wie Andreas Wellinger oder Karl Geiger. Das flutscht alles ein bisschen besser und zeigt Pius uns natürlich auch über die ganze Zeit. Nicht ganz warm geworden ist er am gestrigen Tag. Auch heute im Probedurchgang nicht ganz so. Aber mit den Bedingungen würde er definitiv was spüren. Und dann wüsste er genau, was er zu tun hat. Und kalt wird ihm trotz dieses dünnen Anzugs, den er anhat, heute hier nicht. Wir haben Temperaturen deutlich im Plusbereich, auch wenn es jetzt gegen Abend etwas kühler geworden ist. Immer noch 6, 7 Grad. Das ist für Skispringer ja fast Hochsommer. Bei Temperaturen von minus 20 Grad. Damals Olympiasieg von Andreas Wellinger. Das ist eine Herausforderung, dann da zu sitzen und zu zittern. Und trotzdem Leistung zu bringen. Paschke gut springt, dann ist immer auf der Schweizer raus bei den Lucky Loser. Das soll gepassen. Komm, komm, komm. Gute Bedingungen jetzt. Pius Paschke. Ja, kommt schon ein bisschen flach. Ja, er packt die grüne Linie noch, aber auf der letzten Rille kämpft er sich darüber. Weniger Anlauf. 127 Meter, es ging ja noch mal runter. Zwei Luken, weniger Anlauf als Junjiro Kobayashi. Boah, das war wichtig. War gar nicht so hoch in der Luft. Hab schon Böses befürchtet, aber hat es irgendwie geschafft, so ein bisschen Höhe zu halten und am Hang entlang zu fliegen. Damit gewinnt er das Duell auf jeden Fall gegen den Japaner und kommt auch auf eine gute Punktzahl. Denn das waren immerhin 127 Meter mit zwei Luken weniger. Viel besser als eben mit Pol-Durchgang. Klasse, Pius Paschke. Relativ gut platziert jetzt auch noch vor Gregor Deschwanden geht's auf Platz vier. Er ist seit diesen Tagen hier vielleicht sogar der Top-Favorit. Das Ryoyo Kobayashi hat einen unglaublich guten Eindruck gemacht. Neben Stefan Kraft. Pavel Bonsek ist zuerst der Pole. Verhältnisse sind super, aber die Form passt einfach nicht. Joe Fenix jetzt übrigens als letzter Lucky Loser auf Position fünf. Schaut jetzt natürlich auch mit bangem Blick zu, was bei besseren Verhältnissen, das ist das, was wir vorhin gesagt haben, mit weniger Anlauf möglich ist. Gerade wenn ich so in die Liste gucke, Kütusau könnte eigentlich funktionieren, wenn er ein bisschen mehr Druck unter dem Ski hat. Danach wird es schon relativ dünn. Aber jetzt. Er muss jetzt, er braucht jetzt einen guten Sprung, Ryoyo Kobayashi, wenn er die Vierschanzentournee womöglich ein drittes Mal gewinnen will. Es scheint so, als sollte er rechtzeitig den Hebel gefunden haben, um wieder um Siege mitzuspringen. Gute Bedingungen. Das könnte jetzt scheppern. Schnell in einer guten Flucht. Das ist wieder sauber. Ryoyo Kobayashi. Boah! Für ihn wichtig, nach dem Probedürfung, bis er loslassen musste, auch gestern ein bisschen benachteiligt in der Qualifikation, jetzt natürlich erstmal so einen Sprung zu zeigen. Und das haben natürlich dann auch Andreas Wellinger, Karl Geiger, Stefan Kraft vor allem natürlich mitbekommen. Die kriegen das mit. Es ist auch mit weniger Anlauf, leichter weit zu springen. Da gibt es natürlich auch schnell die besseren Noten. Kento Sakoyama. Ein Trainer oben weiß, das ist schon mal perfekt gelaufen. Das ist die Lücke, die man braucht nach vorne. Der setzt sich ab. Der ist jetzt mit großem Abstand vorne. Aber schon im nächsten Duell. Und die würde er aber auch brauchen. Das ist immer ein bisschen der Nachteil des K.O.-Systems, dass wenn im Qualifikationsdurchgang schlechte Bedingungen sind und du nicht ganz hinten bist bei den Besten, wie auch Stefan Kraft. Du weißt nicht, was die für Bedingungen haben. Selbst wenn sie schlechte haben, haben alle schlechte. Jetzt ist es so, sie haben gerade gute. Du weißt aber nicht, wie es hinten wird. Und jetzt ist die Bühne bereitet für Stefan Kraft. Erstmal das Duell vorne. Österreich, Japan, Norwegen. Alle Wettkampfsprünge werden addiert. Die beiden hier in Obersdorf, zwei in Garmisch-Partenkirchen, zwei in Innsbruck, zwei in Bischofshofen. Die schwächsten Sprünge entscheiden die Tournee. Normalerweise. Kraft leistet sie sich meistens in Garmisch-Partenkirchen. Hier sind die Eltern aus der Steiermark, Margot und René, die nie fanatisch waren im Laufe seiner Karriere. Aber immer wohlwollend dabei, unterstützend, auch mit Niederlagen, wirklich vorbildlich umgehen. Er hat allerdings wieder schlechte Verhältnisse als Boyaji. Das wird jetzt spannend. Luke 17. Jetzt braucht er einen Topsprung. Einen absoluten Topsprung. Oh, guck dir das an. Das ist stark. Die grüne Linie nicht täuschen lassen. Ja, die war jetzt nicht von Kobayashi. Sondern von Kampberger. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Oder 32,5. Das war schon mit den schlechteren Bedingungen eigentlich eher Mehrwert. Da fehlen 5 Meter. Ein bisschen was bekommt er durch die Windkompensation zurück. Aber natürlich verliert er da schon ein bisschen Boden an Kobayashi. Aber das ist noch nicht entscheidend. Das ist der erste Durchgang hier. Er ist dabei. Stefan Kraft. Jetzt hoffen wir nur, dass es nicht noch schlechter wird. Denn dann wird es natürlich auch für die guten Deutschen unglaublich schwer. Ja, also, er ist dran. Stefan Kraft hinter Ryoyo Kobayashi auf Position 2. Und wir hören Pius Paschke, der gut reingekommen ist hier. Beile her. Ja, aktuell steht er auf dem sechsten Platz. Pius Paschke. Es war aus meiner Sicht total schwierig. Sie mussten so lange warten. Was macht das mit den Nerven? Ja, das Nerven waren okay. Keine drucken dann irgendwann eher mehr, wenn man lange wartet. Aber das ist halt so, das gehört dazu. Grundsätzlich war es ja so, wenn man runter geht, weiß man, es wird eher besserer Wind. Ich habe es nicht ganz nutzen können. War ein solider Sprung, aber jetzt nicht das, was ich auch schon gezeigt habe. Was können Sie im zweiten Durchgang noch besser machen? Ein bisschen mehr Höhe, wenn ich von oben mitnehme, dann glaube ich, dann könnte es schon wieder deutlich weitergehen. Pius, vielen Dank, viel Erfolg. Ja, aber er wird gar nicht so schlecht platziert sein. Wenn ich den Probodurchgang sehe, kann man erleichtert sein. Ende war er 25. Dass er da vorne mitmischen kann. Hat noch alle Möglichkeiten. Ja, und ein bisschen mehr Höhe mitnehmen heißt jetzt nicht, dass er den Oberkörper mehr öffnet beim Absprung, weil da wird er hergebremst, sondern das heißt wirklich ein bisschen mehr Dampf über die Beine an den Tisch bringen, dass es ihm einfach ein bisschen mehr rausluft. Und jetzt wieder eine Luke mehr Anlauf von 17 zurück auf 18 für Francesco Cechon. Entsprechend nur noch etwa zwei Meter Bonus statt vier. Gegenüber denen, die hier begonnen haben. Es gibt ja viele Springer, über die man diskutiert, in Expertenkreisen. Wer kommt in Frage, um ganz vorn dabei zu sein. Immer eine Rolle spielt natürlich, das hier alles schon erlebt zu haben. Weil er weiß, wie man Leistung bringen muss. So auch Michael Eiböck. Einer der reiferen Springer mit eigenwilliger Technik. Aber zur richtigen Zeit oft genug am richtigen Ort. Bravo. Guter Versuch, nicht überraschend. Das ist der Trainingsdurchgang hier, war nicht ganz so gut, aber er hat sich wirklich gut reingearbeitet. Auch er nutzt hinten am Skiende ein bisschen Beschwerung, Blei. Das speziell dann eben nach dem Absprung der Ski vom Schwerpunkt her mehr zu ihm kommt, schneller zu ihm kommt, um einfach nicht zu lange warten zu müssen. Läuft gut für die Österreicher bislang. Sehr, sehr gut platziert. Hörl, Fettner, Halbe, Kraft, alle unter den besten sechs. Unterschied zur deutschen Mannschaft. Es kommt kein Österreicher mehr. Während wir noch warten auf Philipp Reimund, Karl Geiger und Andreas Wenninger. Ein weiteres Duell befordern Philipp Reimund. Und gestern Vierter in die Spur geht. Kytosau gegen Vorfahren. Zu flach, um viel zu bewegen. Ja, die finden, sie wollten alle so sein wie Jana Ahun, die, die aus Lachzi kommen wie Nico Kytosau. Und man fragt sich jetzt, wir schon und jetzt? Jetzt muss man sich die Vorbilder im Ausland suchen, denn daheim gibt es keine mehr. Das wären die Kytosaus und die Altos. Es gibt immer mal wieder gute Sprünge vereinzelt, aber es gelingt fast nie über eine längere Periode. Auch das wird heute nicht gut genug sein, um im zweiten Durchgang zu sein. Vorfang. Spannender Springer. Seinen Kopf ein bisschen leicht nicken ist weder gut, aber auch nicht schlecht. Ich habe noch nicht ganz so das Gefühl. Es sah eigentlich ganz gut aus jetzt hier auch, schön gleichmäßig, war jetzt nicht viel Arbeiten zu sehen. Bedingungen, leichter Rückenwind, also mit dem Gate aktuell eigentlich machbar. Wenn jetzt alles normal läuft, können alle Deutschen unter den besten 16 reinkommen. Dazu brauchen jetzt alle vernünftige Sprünge. Und Philipp Reimund ist dann wirklich beflügelt von dieser traumhaften Kulisse hier. Und heute sind ja 10.000 mehr da. Auf Platz 4 der Quali geflogen. Es gibt die Sprünge, die das nochmal motiviert, wo es den Zusatzkick gibt. Und erst mal Nazarenko, klare Außenseiter der Kasache, schief rausgekommen. Okay, die Weite ist nicht die Hürde für Philipp Reimund. Es zeigt sich jetzt, ob er, der letztes Jahr, ja, eine so gute Tournee gesprungen ist. Ganz konstant, immer unter den besten 15. Ob der Springer des Skiklubs Sobersdorf mit 23 der jüngste im deutschen Team da jetzt anknüpfen. Das macht der Wind? Sehr, also stabil. Es gab schon bessere Bedingungen mit dem Aufwind. Aber es ist so ein bisschen leicht von hinten alles gut. Mit Gate 18. Sollte ein guter Sprung um die 130 schon für Philipp Reimund machbar sein. Er darf es natürlich nicht übertreiben, nicht zu viel wollen. Da tötet er ihn oben direkt ab. Also weit über die rote Linie, weit über den K-Punkt. Ja, der geht. Ah, knapp. Ja, aber gut. Passt. Ein bisschen das Ausfahren. Da ist es wichtig, die Konsolation zu behalten. Und auch dafür gibt es natürlich Punctabzüge. Ja, 128,5 ist alles gut. Schüttelt natürlich, weil, also das fällt ja bei ihm schon auf. Der hat schon hohe Ansprüche, ne? Das ist, der, der gibt sich nicht zufrieden. Hier, da auch fast kein Ski. Das ist natürlich wirklich Kotzgrenze. Aber er lässt, er hat das Vertrauen, vielleicht dann auch durch, durch das Jungsein, denkt er da nicht drüber nach und lässt den Sprung einfach trotzdem weiterlaufen. Aber das ist oben halt schon zu viel, weil ein bisschen Feedback vom Sprung oder vom Ski brauchst du, um dann einfach besser in den Sprung rein, äh, in den Hang rein zu fliegen. Nein, es war knapp, aber es ist okay. Das sollte die Basis sein und dann kann er irgendwann mal wieder noch einen draufsetzen. Ungefähr in dem Bereich von Pius Paschke in lauer Stellung. Aber da war er in dieser Saison. Das ist seine Position im Weltcup. Top 15, da gehört er hin. Und jetzt läuft der Countdown für die besten deutschen Springer. Wir haben noch drei Paarungen. Diese mit Peter Preutz und dann Karl Geiger und Andreas Wenninger. Die beiden besten Gäste in der Qualifikation in ihrem Duell. Die Tunisie einen, der ein Skiflieger. Jetzt wird in Oberstdorf ja auch noch geflogen. Werden wir ihn wieder übertragen, Ende Februar auf der Heimiklopfer Skiflug-Schanze. 116,5 Meter. Lauri Hakola, rechts ist der finnische Cheftrainer. Von lange Jahren Assistent, hat jetzt die Rolle als Cheftrainer übernommen. Aber das ist für ihn natürlich unglaublich schwer, diese Mannschaft wieder an die Weltspitze heranzuführen. Er ist gut wie lange nicht. Peter Preutz. Rückschlag. Ja, nicht ganz der Probedurchgang. Oder auch die Quali gestern, die war ja für mich sehr überraschend. Aber zeigt mir natürlich schon auch, dass im Hause Preutz es schon möglich ist, sich an neue Regeln ranzuarbeiten. Domen bleibt seinem Stil gleich. Der wartet auf die nächste, wo die Anzüge vielleicht wieder größer werden. Aber Peter, siehst du wirklich? Respekt, dass es sich schon Gedanken macht, etwas umzustellen. Wir sprechen gleich über Material in der Pause mit Sven Hannawald. Es geht auch darum, dass die Anzüge regelkonform sind. Es wird kontrolliert. Die erste Desqualifikation gibt es. Francesco Ciacon, der Italiener, ist rausgenommen worden. Anzug nicht regelkonform. Aber jetzt. Wie hieß es bei uns im Vorfeld? Kann der Fluch, der über der deutschen Mannschaft zu liegen scheint, besiegt werden? Oh, gute Bedingungen. Es ist lange, lange her. Der Mann kommentiert hier mit in der Kabine. Seit ein Deutscher die Tournee gewonnen hat. Aber die Grundlage muss in Oberstdorf gelegt werden. Eric Belchor, der Amerikaner. Und dann Karl Geiger. Oh ja. Schöner Sprung. Supersprung für ihn. Hat aus guten Verhältnissen wirklich etwas gemacht. 122 Meter. Das wird dann für Schofenig jetzt, glaube ich, eng. Kommt auf die Wettpunkte an. Jetzt hat er da. 119 Meter, ja. Tante ist sicher drin. Kobayashi ist sicher drin. Timmy Seitz. Alle über die Lucky Loser-Wertung haben sie es geschafft. 120,5 Punkte. Nicht gut genug für Schofenig. So. So. König schafft es aber jetzt. Oh, gute Bedingungen. Gut, das ist angerichtet. Komm. Noch im Korridor, aber leicht, leicht Aufwind. Speziell dann Absprung, Übergang. Das ist aktuell das Wichtigste. Unten im Hang nicht ganz so, aber das ist dann egal. Auf seiner Heimschanze. Hat hier schon gewonnen. Karl Geiger. Läuft oben. Komm. Jawohl. Das ist wie er das Exe immer schafft. Aus dem Probedurchgang, der völlig in der Tonne war. Dann doch irgendwo alles zu resetten und das abzurufen, was für so einen Sprung braucht. 133,5 Meter. Das ist der weiteste Sprung eines deutschen Skispringers bisher. Und das ist wichtig, dass er dran bleibt. Dass er den Kontakt hält nach vorne. Karl Geiger. Natürlich hat er Eric Weltschow klar geschlagen. Er kriegt gute Noten. Wieder mal auch schneller Ski für die deutschen Skispringer. Eric Simon, der Servicemann. Karl Geiger auf Platz 3. Sauber. Sehr gut. Das sieht doch schon ganz anders aus. Als eben im Probedurchgang, als doch der ein oder andere sich die Augen rieb und sagte, was ist denn jetzt los? Es blänzt sich der Wurm drin. Er ist dran. Karl Geiger. Rückstand gut vier Meter. Alles möglich im zweiten Durchgang. Und einer. Sicherlich der, dem im deutschen Skispring-Wand intern die größten Chancen zugesprochen wurden. Der kommt noch als allerletzter. Es legt vor der Finne Kasperi Walton. Ein letztes Mal bangen für einen der starken österreichischen Springer. Das ist ja immer die Krux, wenn man letzter ist in der Lucky Loser-Wertung. Ein Meter weiter als Schofenig. Aber bessere Verhältnisse. Sieht so aus, dass Schofenig sich also soeben über die Lucky Loser in den Wettkampf rettet. Das ist jetzt sicher. Aber nun gilt nur noch der Blick auf Andreas Wellinger. Einen der wenigen Skispringer, der nach einem Kreuzbandriss wieder Weltcup-Springen gewonnen. Und nach den Bedingungen zu urteilen, soll es wirklich sein. Er hat wirklich gute Bedingungen jetzt. Zu gut. Wird jetzt da kein grünes Licht bekommen, dass er los darf. Es ist an ihm, es ist an ihm, die Euphorie hochzuhalten der deutschen Fans. Oh ja, der läuft. Jawohl, 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 ja, fantastisch. Das ist ein Termssteuer, das ist Masterclass. 139,5 Meter, die größte Weite mit Abstand. So sieht's aus. Gut hinschauen. Man braucht den perfekten Sprung zur richtigen Zeit. Ganz still in der Position. Tragflächen ausgefahren. Er lässt sich tragen, er schwebt zu Tale. Andreas Wellinger bekommt die Traumnote 20 und das zu Recht. In diesem weiten Bereich den Telemarkt zu setzen. Einfach nur großartig. Kobayashi hatte eine Luke weniger Anlauf. Michael Donesal klatscht ab mit dem österreichischen Trainer der deutschen Mannschaft. Mit Stefan Hornkacher, der im Schwarzwald in Titisee Neustadt wohnt. Und jetzt unglaublich stolz sein kann auf seine Jungs. Jetzt geht's erst mal um die Bestätigung für Platz 1 für Andreas Wellinger. Und hier ist sie. Unternehmend Tourneesieg eines deutschen Skispringers erfolgreich gestartet. Und er hat in all diesen Jahren der Olympiasieger Andreas Wellinger so viel erlebt. Und er hat den Prozess aufgenommen, nach seinem Kreuzbandriss sich zurückzukämpfen. Er hat mal mitkommentiert hier mit uns in einem Jahr. Er hat aus allem, was er aufgesogen hat, Inspiration gezogen. Und es ist genauso gekommen. Wir haben jetzt tatsächlich alle deutschen Springer unter den Top 15. Ein wunderbares Ergebnis. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Gleich melden sich Lea und Sven. Amen.